So, herzlich willkommen bei einem neuen Video von Familie Elektrisiert. Nachdem wir uns das letzte Mal die App angeschaut haben, wollte ich heute mit euch mal dieses Infotainment mir anschauen. Ich weiß nicht, ob ihr es hier oben seht. Minus 5 Grad ist es gerade. Also ich leide absolut für euch, aber ich habe es mir natürlich hier drinnen erstmal mucklig warm gemacht. Daher macht euch keine Sorgen. Erstmal zur Anzeige allgemein hier oben. Diese erste Zeile, die wir hier sehen. Hier oben habe ich tatsächlich die Möglichkeit, relativ fix die, wenn es funktioniert, die Nebelschlussleuchte anzuschalten. Vielleicht muss man das auch ein bisschen gedrückt halten. Aber ich habe, glaube ich, das Licht geradeaus. Vielleicht liegt es daran. Jetzt mal Licht an. Ja, jetzt ist die Nebelschlussleuchte an. Und wenn ich das Licht allgemein am Fahrzeug ausschalte, geht die auch wieder mit aus. Okay, dann ist hier halt der Radiosender, den ich gerade eingestellt habe. Die aktuell eingestellte Temperatur, ob die Klimatisierung angeschaltet ist oder nicht. Welche Lüftungsstufe, wohin gerade die Lüftung pusten darf. Und da oben noch die, ob Umluft ausgewählt ist oder Frischluft von außen zugefügt wird. Das ist hier auf Automatik gestellt. Hier haben wir die Außentemperatur, hier ein Symbol, das Bluetooth-Symbol, ob mit dem Handy verbunden ist. Hier die aktuelle Lautstärke, beziehungsweise jetzt gerade, dass es stumm ist. Wenn ich das jetzt erhöhe, dann ist das Symbol weg. Also wenn es stumm ist, dann ist es da. Und dazu noch ein Symbol, dass USB gerade verbunden ist. Das heißt, wenn ich die USB-Festplatte rausziehe, dann ist auch wahrscheinlich jetzt gleich das Symbol weg. Und wenn ich die USB-Platte wieder reinstecke, wird das Symbol gleich wieder auftauchen und natürlich die aktuelle Uhrzeit. Aber gehen wir mal in den ersten Bereich. Und wir starten einfach mal hier in dem ersten Feld. Das ist dieses AC-Feld. Und hier können wir halt die Klimaanlage, beziehungsweise die Heizung steuern, wenn wir das hier machen möchten. Ich mache die jetzt mal an. Das ginge alternativ übrigens auch über diesen Knopf hier. Dann erhöht sich automatisch ein bisschen die Geräuschkulisse. Ich kann jetzt hier die Intensität der Lüftung steuern. Die ist jetzt derzeit auf Auto gestellt und hier die Temperatur 24 Grad. Also die Temperatur kann ich ändern. Und wie gesagt, ich habe schon ein bisschen vorgeheizt. Wenn ich jetzt hier die Temperatur steigere, dann wird natürlich auch die Lüftung sich automatisch anpassen und stärker werden. Wenn ich hier runtergehe mit der Temperatur, dann wird sie immer leiser. Ja, das werde ich jetzt vielleicht auch mal tun. Hier habe ich noch eine zweite Möglichkeit, wenn ich da einfach draufgeklickt habe. Also jedes Detail habe ich hier tatsächlich auch noch nicht entdeckt. Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Okay. Also entweder hier über die Pfeile oder hier einmal in die Mitte wahrscheinlich genau. Und raus kommt man wieder, wenn man irgendwo hinklickt. Okay, oder hintippt. Okay, das nächste ist dann hier die Lüftungssteuerung. Die steht, wie gesagt, auf Automatik. Ich kann die aber hier mit dem Finger auch runterregeln auf 1. Damit ist sie eigentlich fast aus. Und wenn ich hier auf 11 gehe, dann geht die richtig ab. Aber ja, das ist schon sehr laut. Okay. Hier. Genau, ich mache sie mal wieder auf 1. Hier haben wir jetzt die Möglichkeit, wie gesagt, die an- und auszuschalten. Das AC, das sollte jeder kennen. Also jetzt wäre in diesem Moment wäre auch die Klima-, also die Kältefunktion, die Klimatisierungsfunktion ausgeschaltet. Und hier habe ich noch einen Eco-Knopf. Der ist eigentlich standardmäßig an, damit es halt ein bisschen energieeffizienter wird. Hier oben kann ich steuern jetzt, wo die Luft herkommt. Hier oben sehen wir dieses blaue Feld. Jetzt habe ich das da und dann kann ich das auch hier hinlegen. Das ist quasi so das Frontale. Und dann haben wir noch den Fußraum. Und das kann ich natürlich auch beliebig hier kombinieren. Okay. Dann habe ich, wie gesagt, wie gesagt, diese Autofunktion. Dann macht er das automatisch alles. Dann habe ich hier noch einen Einstell-Knopf. Hier kann ich halt jetzt einstellen, wie die Luftmenge im Automodus sein soll. Komfortstandard stark. Da kann man also die Automatik ein bisschen anpassen. Ich habe es mal auf Komfort gelassen. Hier habe ich die Möglichkeit einzustellen, ob ich, wenn ich hier diesen Knopf hier drücke, das heißt, ich möchte, dass die Scheibe vorne enteist wird, ob dann automatisch auch hinten die Heckscheibenheizung angehen soll. Und hier habe ich die Möglichkeit, Follow the Vehicle Econ Setting, dass ich halt sagen kann, wenn ich mit dem Auto in einem Eco-Modus fahre, dann soll automatisch auch die Klimatisierung in den Eco-Modus gehen. Dann haben wir hier unten nochmal die Möglichkeit, Umluft, Außenluft oder halt einfach automatisch einzustellen, dass das Auto das selber auswählt. Nach welchen Kriterien, kann ich euch nicht sagen. Hier passiert nichts, wenn man hier drauf drückt. Und dann war das eigentlich schon der erste Bereich der Klimatisierung. Ich mache mal wieder ein bisschen wärmer, weil das doch ein bisschen kalt ist. So, und hier, wie gesagt, hier kann ich das auch alles steuern, wie ich das möchte. Im nächsten Reiter, den wir übrigens nicht, beim Standard zumindest jetzt hier nicht, verstellen können, haben wir die Möglichkeit, die Musikquelle auszuwählen. Hier ist jetzt USB, dazu kommen wir gleich noch. Und dann gibt es auch Radio. Und das war es dann erstmal. Hier mehr Möglichkeiten gibt es jetzt auch nicht, weil wir jetzt auch kein Handy mit Bluetooth verbunden haben. Aber gehen wir jetzt mal in den Radiobereich rein. Dann habe ich hier zwei Sachen, DAB und UKW. Hier habe ich mir halt ein paar Favoriten an die Seite gelegt. Das tue ich, indem ich halt hier auf dieses Feld gehe, wo die Liste ist. Und hier kann ich mir die DAB-Sender anzeigen lassen. Kann sie in dieser Sortierung mir anschauen. Ich glaube, das ist dann so ein Anbieter. NRW, Radio für NRW. Also hier oben diese Überschriften. Und dann kann ich mir sie auch noch nach Kategorie anzeigen lassen. Wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwas mit Wissenschaft hören möchte, wird mir WDR 5 angezeigt. Was für Kinder. Dann kommen halt so ein paar Kinder-Radiosender. Und wenn ich dann einen auswähle, gehe ich nochmal zurück. Moment. So, hier ein Netz, Antenne NRW. Und der ist nicht in meinem Favoriten. Kann ich das über das Herz, kann ich den natürlich hinzufügen. Dann gibt es hier, schade, dass das irgendwie nicht standardmäßig ist. Eigentlich die Möglichkeit, sich auch ein paar Bildchen anzeigen zu lassen. Ich gehe mal kurz hier in den Oldie-Sender rein. Kommt auch nichts. Ja, keine Ahnung, worum das jetzt gerade nicht geht. Aber manchmal werden da so ein paar Bildchen angezeigt. Es wäre irgendwie schön, wenn das standardmäßig wäre, dass da einfach die Bildchen zu sehen sind. Ist es aber leider nicht. Hier kann ich den nächsten anwählen. Der schaltet dann aber hier nicht jetzt die Favoriten durch, sondern quasi von der Liste, die wir eben gesehen haben. Dann habe ich hier noch ein paar extra Einstellungen. Das heißt, Follow-up nach Service bedeutet, weiß ich nicht. Voll gut. Ich mache das mal aus. Dann habe ich die Möglichkeit, mir die DAB-Meldung anzeigen zu lassen, wenn irgendwas passiert, dass ich das dann sehe. Ich habe hier eigentlich alles ausgeschaltet, bis auf Alarm. Und da ist noch nichts passiert. Was ich auf keinen Fall möchte, ist jetzt diese Verkehrsnachrichten und sowas. Bei UKW das gleiche. Verkehrsmeldung ausgeschaltet. Wenn ich bei UKW diese alternative Frequenz wähle, das kann ich hier auswählen. Enhanced Other Networks weiß ich auch leider nicht, was passiert. Und leider gibt es ja auch keine richtige Anleitung zu dem ganzen Infotainment. Vielleicht kann das ja jemand in die Kommentare schreiben, was das genau bedeutet. Und hier regionales RDS, das ist ja dann in meinem Fall bei WDR, dass man dann WDR Köln, WDR Düsseldorf und so weiter, dass er halt dann entsprechend umschaltet, je nachdem, wo man sich mit dem Fahrzeug befindet. Okay, wir gehen jetzt nochmal hier raus. Oh, jetzt haben wir mittlerweile auch ein paar Bildchen, die wir hier sehen, die hier so durchspielen. Ich gehe jetzt nochmal auf 1Live. Das ist jetzt zum Beispiel ein schöner Bug. Ich bin ja eigentlich gerade woanders bei WDR 3. Jetzt bin ich bei 1Live. Da gehe ich mal hier auf Rockantenne. Da sind jetzt wieder keine Bildchen. Jetzt nochmal 1Live. Keine Bildchen. Alles klar, also manchmal klappt das mit dem Bildchen, manchmal nicht. Aber ob das jetzt an einem Auto liegt oder nicht, das kann ich nicht beurteilen. Hier ist noch ein Papierkorb. Da kann ich wahrscheinlich dann die Favoriten löschen. Das möchte ich jetzt aber nicht tun. Das war das Radio. Jetzt das nächste Feld, was wir haben, ist das Laden. Ihr seht auch, dass ich gerade, ich gehe nochmal zurück, dass ich gerade aktuell lade. Und hier kann ich halt den Ladevorgang jetzt auch stoppen beziehungsweise auch die Ladebuchse freigeben, entsperren, wenn ich jetzt zum Beispiel aussteigen möchte und den Stecker abziehen möchte. Hier ist zusätzlich noch expected heute 23.32 Uhr, dass die Ladung dann vollzogen ist. Aber aufs Laden selber gehe ich jetzt erstmal nicht ein. Das kommt nochmal in einem anderen Video. Und dann habe ich hier die Möglichkeit, auch auf Entladen zu gehen. Eigentlich, wahrscheinlich funktioniert das jetzt nicht, weil gerade geladen wird. Das machen wir dann gleich nochmal, wenn wir die Pistole rausgezogen haben. Da können wir aber jetzt auch schon mal draufgehen auf das Feld. Also ich habe jetzt hier gerade, wie man sieht, langsames Laden. Der Ladevorgang voraussichtlich heute, wie gesagt, abgeschlossen. Die Uhrzeit, der aktuelle Ladezustand, die aktuell geschätzte Reichweite. Hier haben wir wieder ein Zahnrädchen, wo wir hier jetzt den Zeitplan der Ladung noch einstellen können, wenn wir das möchten. Also ich kann jetzt sagen, fängst bitte jetzt um 22 Uhr an zu laden und hörst dann und dann wieder auf. Das wollen wir jetzt aber nicht, weil wenn wir das einmal eingestellt haben, das ist das Gleiche wie bei der App, dann würde das immer so sein und dann würde ich quasi nie außerhalb dieser Zeit laden, bis ich das wieder deaktiviere. Okay, entladen ist halt jetzt gerade nicht aktiv, ist aber auch ein bisschen ein Thema für sich. Möchte ich jetzt hier auch noch nicht drauf eingehen. Funktioniert natürlich nicht, während das Fahrzeug geladen wird. Und hier haben wir den aktuellen Energieverbrauch. Der ist im Winter natürlich extrem. Wir sehen jetzt gerade das, also hier sehen wir quasi so die Leistungskurve, die gerade so stattfindet, wenn ich gefahren bin. Hier unten kann ich halt auswählen, ob die Batterie erwärmt werden soll, also aufgewärmt werden soll. Das mache ich jetzt aber wieder aus, weil ich meistens nur auf Kurzstrecken unterwegs bin und da lohnt sich das dann tatsächlich nicht. Wenn man auf eine Langstrecke geht, kann man das einschalten, damit der Verbrauch sich ein bisschen reduziert. Aber das ist tatsächlich jetzt auch die gute Frage, lohnt sich das, wenn man gerade nicht an der Wallbox ist, das einzuschalten, weil das braucht ja auch jede Menge Energie. Wenn wir fahren, sehen wir hier den Energiefluss. Das ist ein bisschen, ja geht so. Das ist halt eine schöne Animation, aber hilft uns nicht viel weiter. Hier in diesem letzten Feld sehen wir die absolute Energie, also die Kilowattstunden, die seit dem Start beziehungsweise seit dem letzten Laden das Auto verbraucht hat. Und für was? Also wie viel ist jetzt für Fahren raufgegangen und wie viel für alles andere? Klimaanlage und anderes. Und weil ich jetzt gerade im stehenden Auto sitze, haben wir eigentlich nur drei Kilowattstunden für Klimaanlage und alles andere verbraucht. Okay, dann gehen wir wieder raus aus diesem Bereich des Ladens. Hier drüben in dem letzten Feld haben wir die Möglichkeit, Apple CarPlay beziehungsweise Android Auto zu starten. Aber daher da gerade nichts angeschlossen ist, können wir da auch draufdrücken und es passiert nichts außer den Hinweis, dass ich das doch dann bitte auch einstecken möchte. Okay, das war dieser Startbildschirm. Dann haben wir hier die Möglichkeit, bei diesem Startbildschirm einmal runter zu wischen. Und hier haben wir so ein kleines Schnellmenü. Hier können wir die Helligkeit des Displays quasi regulieren. Ja, also es geht hier bis ganz hell, bis relativ dunkel. Und ich sage mal direkt, manchmal muss man da wieder hin, um das wieder dunkel zu machen. Also wenn man nachts fährt, ist das Display manchmal hell und dann muss man hier hin und quasi einmal so hin und her wischen und dann ist es wieder dunkel. Auch ein Bug definitiv. Hier habe ich die Möglichkeit, die Medienlautstärke einzustellen und die Telefonlautstärke zu regulieren. Bluetooth an- und auszuschalten, den Bildschirm komplett auszuschalten. Jetzt komme ich da, muss ich aber erstmal wieder so wieder zurück. Genau. Die Türen abzuschließen oder zu entriegeln oder zu verriegeln. Auch hier wieder die Nebelschlussleuchte anzumachen, aber ich habe das Licht ja gerade nicht an. Ich mache es mal nochmal einmal an. So, jetzt habe ich die Nebelschlussleuchte an und jetzt ist sie wieder aus. Und das ESP oder ESC heißt es hier, die Traktionskontrolle kann ich hier deaktivieren, wenn ich das möchte. Möchte ich jetzt aber nicht. Ich kann hier leider keine anderen Knöpfe hinlegen. Das wäre natürlich ein Traum, wenn man in dieses Schnellmenü noch irgendwelche anderen Sachen platzieren könnte, irgendwie eine Schnellwahltaste vom Telefon oder was ich was. Aber leider funktioniert. Oder Spurhalterassistent ausschalten, das wäre natürlich toll. Aber das geht leider nicht. Ich muss mit den Knöpfen leben, die es dort gerade gibt. Gut, dann haben wir hier die Möglichkeit, in diesem Menü einmal weiter nach rechts zu wischen und dann sehen wir eigentlich die eigentlichen Menüpunkte, die es sonst noch gibt. Ich gehe aber noch einmal zurück. Na. Und habe hier auf der linken Seite, neben diesem Homebutton mit dem Haus, also kann ich auch hier in die Einstellungen gehen. Ich kann hier in den Musikbereich gehen, wo ich zwischen Bluetooth-Musik und USB-Musik, Leider kann ich hier nicht Radio anwählen. Warum auch immer. Ich würde mir wünschen, der Reiter Radio wäre jetzt hier noch. Aber den gibt es hier nicht. Wir gehen gleich noch einmal zu der USB-Musik in einem anderen Bereich. Dann habe ich hier das Telefon. Da habe ich jetzt gerade nichts angeschlossen, nichts verbunden. Daher können wir hier jetzt auch nicht viel tun, aber das ist jetzt auch ein bisschen selbsterklärend. Und hier komme ich in ein Fahrzeug oder in ein Fahrmenü hinein. Okay, wir gehen aber jetzt noch einmal zurück und werden uns jetzt die Menüpunkte der Reihe nach von hier ansehen. Da haben wir quasi alles, was wir gerade über die Schnellwahltasten erreicht haben, auch hier noch einmal zur Verfügung. Ich gehe mal kurz hier noch einmal auf das AC. Da waren wir eben schon. Dann haben wir das Bluetooth-Telefon, das wir auch über diese Taste hier erreichen. Dann haben wir hier jetzt das Fahrzeug und hier haben wir einige Menüs, die wir tatsächlich mal durchgehen sollten. Der erste ist relativ simpel. Hier haben wir Fahrmodus. Also mit welcher Energieeffizienz soll das Auto unterwegs sein? Eco, Normal und Sport, sage ich mal, das sind so die wichtigsten. Dann haben wir hier noch einen Benutzer definiert. Und dann kann ich hier noch ein paar Einstellungen machen, zeigt sich hier selber Elektroantrieb, also Eco, Normal, Sport. Wie schnell soll das Fahrzeug wirklich rangehen? Wie soll die Lenkung eingeschaltet werden? Und wie soll das Bremspedal reagieren? Habe ich ehrlich gesagt noch nie verändert und noch nie ausprobiert. Ich bin da leider auch nicht so derjenige, der da viel Unterschied merkt. Aber man muss schon sagen, beim Sport fährt er schon ein bisschen zügiger an als beim Eco-Modus. Also das ist definitiv der Fall. Dann gibt es extra noch einen Schneemodus, den ich mangelschneet noch nicht ausprobieren konnte. Aber ihr seht vielleicht, dass dann direkt die Energieregenerierung sich in einen anderen Bereich bewegt. Da müsste man tatsächlich mal gucken, was da sich alles noch ändert. Vielleicht bei Bremse und Lenkung, dass sich da auch noch was anpasst. Genau. Dann haben wir diese, wie gesagt, die Energieregenerierung. Die können wir hier einstellen auf Niedrigstandard hoch. Bei Niedrig, also segelt das Fahrzeug relativ lange. Bei Hoch halt relativ kurz. One-Pedal-Driving geht ja nicht. Und daher, um das Fahrzeug zum kompletten Stillstand zu bekommen, muss man tatsächlich noch die Bremse bewegen. Dann gibt es noch Adaptiv. Hier soll das Fahrzeug selber erkennen, was wir gerade tun. Also sind wir gerade auf der Autobahn unterwegs, dann ist vielleicht Segeln eher angebracht. Oder sind wir im Stadtverkehr, dann kann vielleicht die Regenerierung ein bisschen höher sein. So zumindest das, was ich bis jetzt herausgefunden habe. Und dann gibt es noch einen allgemeinen Energiesparmodus, der lustigerweise beim ersten Mal, als ich ihn angeschaltet habe, dazu führte, dass sich die Reichweite verkürzt hat. Warum auch immer, konnte mir der Dealer tatsächlich auch nicht erklären, habe ich aber tatsächlich meistens auch ausgeschaltet. Was ganz wichtig ist, ist, dass diese Sachen, egal was wir hier einstellen, am Ende wieder auf Normal und Hoch landen. Also wenn wir bei der nächsten Fahrt sind, dann müssten wir das alles wieder neu einschalten. Die Einstellungen werden leider nicht beibehalten. Letztens hat auch einer die Frage, ob die Einstellungen, je nachdem mit welchem Schlüssel man das Auto betritt, sich ändern. Das passiert hier natürlich auch nicht. Es ist immer wieder Normal und Hoch. Und alles andere muss man selber wieder zurückstellen. Dann haben wir hier den MG Pilot. Den können wir grundsätzlich erstmal ausschalten. Hier wieder ein wunderschöner Übersetzungsfehler. Das heißt halt aus. Das ist halt niederländisch. Warum auch immer hat es da für die deutschen drei Buchstaben nicht gereicht. Wenn ich das auf ausstelle, dann ist es ausgeschaltet. Gehe ich auf die Geschwindigkeitsbegrenzungsmodus. Dann wird halt die Geschwindigkeit begrenzt. Das kann ich dann über die Lenkradtasten einstellen, dass er halt wirklich nicht schneller als 50, 60, 70 fährt. Wenn ich das möchte, wenn ich nicht geblitzt werden möchte oder warum auch immer. Und dann kann ich bei Intelligent das tatsächlich auch noch verknüpfen mit der Verkehrsschilderkennung. Das klappt aber mal mehr, mal weniger gut. Und das würde ich definitiv nicht empfehlen. Weil, also ich würde es noch nicht mal unbedingt mal dem Auto zur Last legen. Aber wenn man auf der Autobahn fährt und dann ist eine Ausfahrt und die Ausfahrt hat halt dann 80 oder so, dann bremst er dann irgendwie rabiat ab, weil er dachte, das Schild gilt halt für die Autobahn und nicht für die Ausfahrt. Woher soll er das auch unbedingt wissen? Das ist ja nicht immer so einfach, noch nicht mal für den Menschen zu erkennen. Dann habe ich hier den Geschwindigkeitsregelmodus. Der ist definitiv interessanter. Also das typische Tempomat. Wenn ich auf der Autobahn fahre und ich stelle 120 zum Beispiel ein und vor mich setzt sich ein anderes Fahrzeug, was dann nur 100 fährt, dann bremst der automatisch halt ab, weil er dann erkennt, oh, da ist ein anderes Auto, das ist langsamer. Und würde dann, wenn das Auto wieder weg ist, auch automatisch auf die vorher eingestellten 120 kmh zurückfahren. Das ist eigentlich ein ganz angenehmes Ding. Und ja, auch im Stau ist das eigentlich ganz praktisch, weil er dann immer wieder, immer wieder anfährt und man dann nicht immer wieder selber, ja, aufpassen muss man sowieso, aber man spart sich halt den Tipp aufs Gaspedal beziehungsweise kann sich immer dem aktuellen Verkehrsfluss dann da ganz gut anpassen. Man kann hier an diesem Balken sehen, es gibt drei verschiedene Abstandsmöglichkeiten, die stellt man dann tatsächlich am Lenkrad ein, inwiefern er Abstand halten soll oder wie groß dieser Abstand sein soll. Wenn der Abstand zu groß ist, dann passiert es halt schon, dass sich irgendein Vogel voreinsetzt und das Auto dann halt relativ rabiat dann abbremsen muss. Und da empfehle ich definitiv, also für mich habe ich die mittlere Einstellung da gefunden, wie man das dort am besten einstellt. Dann haben wir noch den Traffic Jam Assist und der ist dann tatsächlich dann sogar auch in der Stadt eigentlich gedacht. Das heißt, das Fahrzeug hält an der Ampel automatisch dann wirklich auch an. Das ist dann halt so schon so ein bisschen wie One-Pedal-Driving. Allerdings fährt er dann nicht automatisch wieder los, was ich aber gut finde, also wenn man dann kurz abgelenkt ist, warum auch immer, dann kann es natürlich dann passieren, dass man gar nicht mitbekommt, dass das Auto wieder losfährt. Da muss man dann einmal kurz das Gaspedal antippen oder einen Joystick bewegen und dann fährt er dann auch wieder weiter. Aber ja, das ist halt in Verbindung mit dem Spurhalter Assistenten, den ich hier schon ausgeschaltet hatte, den mache ich mal wieder an. Teilweise ein bisschen schwierig und rabiat. Ich würde das nicht nutzen, wenn man zum Beispiel wegen einem parkenden Auto die Spur verlassen muss und so oder jemand kommt einem entgegen, weil derjenige die Spur verlassen muss und man muss selber relativ weit rechts ranfahren, dann würde ich das definitiv nicht empfehlen. Daher, also meine Einstellung ist meistens eigentlich Geschwindigkeitsregelmodus ACC, das ergibt am meisten Sinn und Spurhalter Assistenten sollte man tatsächlich ausschalten. Das geht auch nur hier und leider ist es so, dass der halt im nächsten Mal, wenn wir wieder losfahren, wieder angeschaltet ist. Deswegen, wir schalten ihn jetzt mal an, um zu sehen, was wir hier noch einstellen können. Wir haben halt die Möglichkeit, hier eine Warnung einfach nur auszugeben oder halt tatsächlich, dass er so massiv eingreift, dass er dann wirklich rabiat zurücklenkt. Also da würde ich definitiv auf Warnung stellen und das ist für den aber halt auch schon Grund genug zu sagen, willst du das wirklich tun? Ich würde es trotzdem auf Warnung stellen, wenn wir es nicht vergessen, aber am nächsten Mal ist wieder der Abfahrassistent angeschaltet. Die Alarmempfindlichkeit, die kann man tatsächlich, glaube ich, auch dauerhaft auf niedrig setzen und dann gibt es halt noch eine akustische Warnung, eine Vibration, das kann man mal ausschalten. Aber wenn der Spurhalter Assistent insgesamt ausgeschaltet ist, dann sind diese Einstellmöglichkeiten sowieso nicht mehr gegeben. Dann haben wir die Verkehrszeichenerkennung, die können wir ausschalten, wenn wir wollen. Na, oder auch nicht. Ja, können wir nicht ausstellen, warum auch immer. Wahrscheinlich, weil wir hier oben den, gucken wir mal, wenn wir die Assistenzsysteme ausschalten, ob wir den dann ausschalten können. Ja, jetzt konnten wir ihn, na, jetzt ist er wieder da. Ja, da seht ihr auch, das Touchdisplay ist manchmal langsamer, manchmal schneller als man selber. Okay, das habe ich jetzt ausgeschaltet und dann haben wir noch das Frontaufprallassistenzsystem. Das ist tatsächlich gar nicht so schlecht, finde ich. Das warnt ab und zu mal und dann haben wir die Möglichkeit, als ob es nur warnen soll oder ob es tatsächlich auch automatisch bremsen soll. Ich habe ja vom NCAP Crash Test das Video auch verlinkt und da sieht man eigentlich ganz gut, wie der funktioniert. Konnte ich bis jetzt, ja, also mich bis jetzt wurde ich immer nur gewarnt, zur Bremsung seitens des Fahrzeugs kam es da noch nicht. Und auch hier kann ich wieder einstellen, wie empfindlich das sein soll. Und dann ist das Warnen bei unruhigem Fahren, ich glaube, das ist letztlich der Müdigkeitsassistent, dass über die Lenkverbindung erkannt wird, ja, wie müde bin ich und soll ich denn hier auch eine Warnung geben, einen akustischen Ton und ab welcher Sensivität ist. Bei mir steht es auf moderat, es ist noch nie dazu gekommen, dass der sich gemeldet hat. Dann gibt es hier den Towing Mode, das ist tatsächlich, wenn man die Anhängerkupplung hat, das brauchen wir nicht, dann wird halt hinten, die, werden halt die Park Distanz Sensoren, also die Park Distanz Sensoren werden dann deaktiviert. Okay, das war der MG Pilot. Wenn ihr hier noch Fragen habt, wenn ich irgendwas vergessen habe, dann sagt, schreibt es mir bitte in die Kommentare, dann mache ich das gerne nochmal nach. Wir haben hier die Rubrik Praktisch, die hatte der Norman ja mal angesprochen, als er gefahren ist. Ja, wie gesagt, die Übersetzung ist manchmal etwas konfus. Wir haben ja am Lenkrad zwei Sterntasten und hier können wir halt am Standard einstellen, was die Sterntasten machen soll. Beim Luxury geht das definitiv mehr einzustellen. Da kann man zum Beispiel auch die Rekuperation dann hinlegen. Ja, geht hier leider nicht. Warum auch immer, ist beim Standard nicht möglich. Hier habe ich halt nur die Möglichkeit, das Schnellmenü zu öffnen. Ich drücke jetzt mal die Sterntaste und dann werdet ihr sehen, dass dann dieses Menü halt dann auftaucht und es auch wieder weg ist. Das nutze ich manchmal, um das Display halt relativ schnell auszumachen beziehungsweise dann hier die Helligkeit halt entsprechend zu steuern. CarPlay und Android Auto, also wenn ich CarPlay nutze, dann habe ich es sowieso an, deswegen brauche ich das nicht extra auf die Taste legen. Wenn ich CarPlay laufen habe, dann kann ich hier über diesen Homebutton auch relativ genauso schnell zurück in den normalen Bereich. Da brauche ich jetzt nicht die Lenkrataste für verschwenden. So, und dann haben wir den rechten Stern. Hier kann ich halt die Klima mit drüber steuern. Ich drücke den jetzt mal. Dann werdet ihr sehen, dass erstmal nichts passiert in dem Fall. Das ist nämlich auch ein bisschen tricky. Also wenn ich jetzt nochmal drücke, dann kommt das Menü und dann kann ich über den Joystick halt, ja, jetzt ist es wieder weg. Ich mache es nochmal an. So, kann ich über den Joystick die Temperatur steuern oder halt auch die Lüftungsintensität rechts und links beziehungsweise wenn ich auf Auto drücke, dann würde die Lüftung natürlich in den automatischen Modus gehen. Nur weil dieses Overlay-Menü jetzt eigentlich weg ist, ist nicht die Funktion weg. Ihr könnt jetzt oben die Temperatur sehen. Wenn ich jetzt links, rechts, ne, hoch runter gehe, seht ihr, dass ich oben die Temperatur immer noch steuern kann und wenn ich links, rechts gehe, dann kann ich auch die Lüftung noch steuern. Das Problem ist nur, dass ich jetzt, wenn ich nochmal den Stern drücke, dann bin ich wieder in der Lautstärke-Regelung. Das heißt, hier kann ich jetzt auf einmal wieder die Lautstärke regeln und da muss man immer so ein bisschen gucken, gerade wo man ist. Das weiß man nicht unbedingt. Also jetzt wieder Stern, dann kommt wieder dieses Menü. Wenn ich jetzt nochmal Stern drücke, dann bin ich wieder in der Lautstärke-Regelung. Okay. Das sind die zwei Sterntasten gewesen. Hier ist die Möglichkeit automatische Türverriegelung. Das heißt, wenn ich fahre, nach 15 kmh, werden die Türen automatisch verriegelt. Dann den zweiten. Da ist ein Mysterium. Den habe ich nicht aktivieren können. Auch wenn ich die Ladepistole ausgesteckt habe, kann ich hier nicht die Stromabschaltung bei Entriegeln. Leider, das wäre ganz cool eigentlich, wenn ich die Wallbox ausschalte, dass der automatisch die Ladebuchse entriegelt. Das tut er nämlich dann nicht. Das muss ich immer nochmal im Fahrzeug extra machen, über die App oder im Fahrzeug selber. Aber ich kann das nicht aktivieren. Entriegeln Sie die Tür per Schlüssel. Ja, das ist einfach dieser Näherungssensor im Schlüssel. Das heißt, wenn wir mit dem Schlüssel in der Tasche ans Auto gehen und das Knöpfchen draußen drücken. Ich gehe da mal kurz drauf. Eigentlich zeigt er das dann immer auch ein bisschen an hier an dem Bildchen. Dann gehen halt diese Türen auf. Und der letzte Punkt, der ist ein bisschen spannend, weil der sagt überhaupt nicht das aus, was er tut. Das automatische Entriegeln bezieht sich darauf, wenn wir das ausgeschaltet haben und vorne an den Türen die Knöpfe drücken, also diese Knöpfe an den Türgriffen, dann entriegeln sich in diesem Zustand, so wie es eingestellt ist, jetzt alle Türen. Auch die hinteren, der Kindertüren, sage ich jetzt mal, oder der hinteren Mitfahrertüren. Wenn ich das eingeschaltet habe, dann entriegelt sich erst mal nur die Tür, an der ich drücke und beim zweimaligen Drücken danach oder beim erneuten Drücken danach entriegeln sich auch die hinteren Türen. Ja, ich habe noch keinen Sinn gefunden, warum nicht auch einfach sich die hinteren Türen entriegeln sollen. Deswegen habe ich das ausgeschaltet. Okay, das war praktisch. Jetzt gehen wir zur Lampe. Hervorragend. Follow me home ist einfach nur eine Einstellung, dass das Fahrzeuglicht beim Verlassen des Fahrzeugs noch ein bisschen angeschaltet ist. Das automatische Fernlicht, das funktioniert bei mir eigentlich ganz gut. Das heißt, wir haben einen Fernlichtassistenten, der halt erkennt, ob Autos auf ihn zukommen oder Autos auch vor ihm herfahren und dann das Fernlicht an- und ausschalten. Da habe ich auch schon ganz andere Sachen gehört in unserer berühmten Telegram-Gruppe oder auch bei Facebook, dass das bei manchen besser klappt, bei manchen weniger gut. Ja, so ist das Leben. Manchmal klappt es, manchmal nicht. Das wird, denke ich, über die Kamera gesteuert. Manchmal muss man da vielleicht gucken, dass die Kamera dann oben dann sauber ist. Und ja, also ich habe es eingeschaltet und finde es eigentlich ganz cool. Antwort, mein Auto finden, bezieht sich auf die App. Was soll passieren? Soll das Auto blinken, hupen? Ja, oder halt nur blinken? Das können wir hier einstellen. Wir können das übrigens auch provozieren ohne App, indem wir das abgeschlossene Fahrzeug, den Abschließknopf am Schlüssel erneut drücken. Dann passiert das auch. Da dürfen wir nur nicht zu nah am Fahrzeug sein, aber dann brauchen wir es ja auch eigentlich nicht mehr finden, wenn wir es sehen. Welcome Light ist halt, wenn das Fahrzeug dann entriegelt wird über den Schlüssel oder über die App, dass dann das Licht angeht. Man könnte mal ausprobieren tatsächlich, ob beim Heizen, das werde ich dann nochmal tun, ich mache das mal aus, ob dann beim Heizen vielleicht das Licht ausbleibt. So, dann haben wir den letzten Punkt Sicherheit. Auto holt es die Funktion, dass das Auto halt wirklich bremst oder die Bremse festzieht, wenn auch ohne, dass ich selber auf der Bremse stehe. Also ich stehe an der Ampel und dann drücke ich die Bremse einmal ein bisschen kräftiger durch. Dann wird das kleine A im Display am Lenkrad grün und dann bleibt das Auto einfach stehen und beim nächsten Gas geben fährt es dann wieder los. Ansonsten würde das Auto im Zustand D, wie man das vielleicht auch vom Automatik kennt, ja dann immer direkt automatisch wieder weiterfahren. Das wollen wir nicht und deswegen drücken wir die Bremse ein bisschen weiter durch und dann wird die Bremse quasi festgehalten, als würden wir drauf stehen bleiben. Das kann ich jetzt nicht aktivieren, weil ich nicht angeschnallt bin tatsächlich. Das werde ich mal demonstrieren. Ich schneide mich jetzt mal kurz an. So, und jetzt seht ihr, ist das auch automatisch angegangen. Jetzt könnte ich es ausschalten, will ich aber gar nicht. Und dann habe ich auch die Möglichkeit, das Auto hier über dieses Display auszuschalten, was dann allerdings jetzt dazu führen würde, dass das Display dann quasi auch gesperrt ist. Aber ich mache das einfach mal. So, jetzt ist das Auto halt ausgegangen. Ich sitze aber immer noch drin und jetzt, wenn ich es wieder anschalten will, dann muss ich einmal kurz die Bremse drücken und dann kommt das Auto auch wieder zurück. Genau, losfahren kann ich natürlich nicht, weil er immer noch lädt. So, das war eigentlich der komplexeste Bereich. Wir gehen jetzt mal zurück. Das war also Fahrzeug. Jetzt gehen wir mal in den Videobereich. Ich habe hier tatsächlich gerade eine Festplatte angeschlossen mit einer 1TB SSD. Also das funktioniert auch. Und hier habe ich dann meine Videos drauf. Der eine oder andere wird die eine oder andere Szene vielleicht aus einem vorherigen Video erkennen. Die kann ich jetzt hier quasi mir angucken. Und tatsächlich ist die Qualität auch gar nicht so schlecht, wie man vielleicht sieht. Der spielt jetzt automatisch das nächste Video ab. Also wenn man die Möglichkeit hat, im Streaming-Zeitalter sich Sachen runterzuladen, ein Filmchen oder so, dann kann man die eigentlich hier, finde ich, ich habe mal gerade Licht aus, ganz angenehm sich anschauen. Okay, bevor irgendwas kommt, was ich nicht will, dass ihr das seht, mache ich es mal wieder aus. Aber eigentlich sind da nur die Videos drauf, die ihr schon kennt. USB 1, USB 2 ist nichts drin. Ja, das war der Bereich Video. Im Handbuch steht auch, welche Formate unterstützt werden. Ihr seht, das sind jetzt alles so Moff-Dinger. Irgendwo habe ich bestimmt auch ein MP4 rumliegen. Das sind fast alles nur Moff-Videos. Ja, das sind noch so ganz alte Sachen mit meinem Bruder. Der taucht jetzt mal unfreiwillig hier im Auto auf. Und können wir auch mal gucken, ob der Ton da funktioniert. Ich weiß noch nicht mal, ob das Videoton hat. Gut, hier funktioniert jetzt kein Ton. Das ist natürlich spannend. Hier haben wir nochmal eine Liste mit allen Videos. Können auch mal hier. Was machen wir hier? Ja, das kennt ihr vielleicht auch noch. Das ist nicht mein Bruder, sondern das ist das Radio. So, hier haben wir das Interview mit Tim. So, da ist Ton. Und da seht ihr, das funktioniert auf jeden Fall auch mit Ton. Okay, aber das Video könnt ihr euch natürlich auch nochmal gerne angucken, wenn ihr das gerne möchtet. So, dann sind wir in dem Bereich Video eigentlich auch fertig. Dann haben wir den Bereich Einstellungen. Hier können wir halt diverse Einstellungen machen. Wir fangen mal oben an bei Allgemein. Hier sind wir nochmal in dem Bereich Display-Helligkeit. Hier kann ich einstellen, ob der Screen des Displays halt automatisch zwischen Tag- und Nachtmodus wechseln soll oder halt in einem der beiden bleiben soll. Das ist übrigens der Tag-Modus. Ich gehe aber wieder mal zurück in Nacht-Modus. Beziehungsweise ein Auto. Der Sensor dafür. Dafür sitzt auf dem Armaturenbrett quasi hinter dem Display, also an der Scheibe und der steuert quasi, welcher Modus gerade da, Ton aus hier, welcher Modus gerade aktiv ist. Das ist auch der gleiche Sensor, der steuert, ob Licht an oder aus geht. Dann haben wir hier die Möglichkeit, die Sprache einzustellen. Ja, Deutsch ist relativ, würde ich sagen. Lassen wir aber jetzt mal. 24 Stunden Format Zeit ist klar. Automatische Zeitanstellung ist hoffentlich auch klar. Und was ich hier auch einstellen kann, ist, ob ich Kilometer oder Meilen möchte. Dann ändert sich das entsprechend. Und ob ich die Uhr immer anzeigen lassen möchte. Ich könnte das mal ausstellen. Wahrscheinlich bezieht sich das auf den Bildschirm aus. Genau. Und dann ist das Display tatsächlich richtig aus. Das hatte ich tatsächlich auch noch nicht gewusst. Ja, lasse ich mal. Finde ich gar nicht. Finde ich sogar ganz gut. So, dann haben wir hier Bluetooth. Da haben wir die Möglichkeit, ein Bluetooth-Handy anzuschließen. Ich habe jetzt hier die Möglichkeit, den Namen zu ändern vom Auto selber. Ja, ich habe jetzt hier nichts dran. Das sind alles die Sachen, die jetzt gerade hier in der Nähe zur Verfügung stehen. Ja, das nutze ich eigentlich nicht, weil ich halt über Carplay alles mache. Daher kann ich da jetzt auch nichts viel zu sagen. Am Anfang hatte ich es einmal. Hat eigentlich problemlos geklappt. Es gab wohl welche, die hatten da Probleme. Aber sonst weiß ich davon nichts. Das Erste, was der Agent ausgeschaltet hat bei mir, waren diese Tastentöne. Jetzt habe ich die wahrscheinlich... Nein, das kann man jetzt nicht. Moment, hier kann ich die Lautstärke der Tastentöne vielleicht auch einstellen. Ja, ich weiß nicht, ob ihr es hört. Gucken wir, ob sich das jetzt hier ändert. Nein, gut. Also Tastentöne will ich immer noch nicht. Deswegen mache ich die wieder aus. Dass ein Fahrzeugalarme dazu gehört, aber auch der Blinker, ich mache mal kurz den Blinker an. Das heißt, wenn ich hier... Ich weiß nicht, ob man es hört. Ja, ganz ausmachen darf ich den Blinker nicht scheinbar. Deswegen, das ist so die Lautstärke, die ich dem Blinker auch zum Beispiel geben kann. Was das sonst noch für Sachen sind, kann ich jetzt gerade ehrlich gesagt nicht sagen. Das sind wahrscheinlich auch diese ganzen Piepser und Pupser und was auch immer, die das Auto macht, wenn man Licht anlässt. Hier kann ich nochmal die Lautstärke der Medien einstellen und des Telefons. Aber ich glaube, da geht man selten über dieses Einstellungsmenü da rein und macht das. Ja, Soundeinstellungen gibt es hier. Die Soundanlage im Standard ist jetzt nicht die Krönung der Schöpfung. Ich finde es jetzt ausreichend für mich, aber da sind manche vielleicht auch einfach autophiler und wollen da ein bisschen mehr. Hier kann man halt den Lautnessfaktor einstellen und in welchem Bereich der sich bewegen soll. Hier habe ich den EQ, den Equalizer, den man noch ein bisschen nach den eigenen Vorstellungen anpassen kann. So ist er bei mir eingestellt. Komme ich mir zurecht. Tonbühne, wieder eine wunderbare Übersetzung. In der Tonbühne können wir einstellen, wo der Sound sein soll. Das geht im Standard. Dadurch, dass er nur vorne Lautsprecher hat, natürlich hier nur links und rechts. Nach hinten geht nichts. Ja, also ich kann noch ein bisschen nach vorne gehen, was auch immer das bewirken soll, weil vorne ist ja eigentlich nur vorne. So, auch ein bisschen tricky. So, lassen wir es mal so. Genau, das ist die Einstellung Ton. Dann haben wir noch Systemanstellungen. Hier sehen wir die aktuelle Softwareversion R08 und die Softwareversion MCU. Das ist, glaube ich, die... Nee, ehrlich gesagt, weiß ich nicht, was MCU bedeutet. Irgendeine Unit, wenn möglich. Dann kann ich hier meine Einstellung wieder herstellen. Das möchte ich aber gar nicht. Deswegen lasse ich das. Und ich kann hier nach Updates suchen. Das ist in dem Sinne ganz witzig, weil das Auto ja eigentlich gar keine Möglichkeit hat, sich selber abzudaten over the air. Also der Standard zumindest nicht. Das kann nur der... Das kann nur der Luxury und der Comfort. Und da bezieht sich das tatsächlich, glaube ich, auch hauptsächlich auf die Navi-Daten. Hier gibt es noch Ressourcen-Update. Da kann ich mir Sachen runterladen und über USB ein Update machen angeblich. Ja, habe ich aber ehrlich gesagt noch nicht ausprobiert. Wäre vielleicht nochmal ein eigenes Video. Ich glaube, der Tim hat es mal ausprobiert. Das hat nicht geklappt. Vor allem, weil hier auch was mit Navi steht. Und Navi haben wir ja hier eigentlich gar nicht drin. Genau. Dann haben wir USB-Speicher, die wir jetzt hier sehen. Hier seht ihr ganz gut, dass ich eine 1 TB Festplatte angesteckt habe. Dass da die meisten Sachen Videos sind, Bilder und Musik. Und sonst eigentlich wenig anderes. Ist eine ganz nette Übersicht. Also fand ich jetzt besser als nichts tatsächlich. Hilft als auch nicht viel. Aber ja, ist doch ganz nett, dass man sieht, was da drauf ist. Bedienungsanleitung kann ich mir hier angucken. Ja, wenn ich mal schnell... Ist halt die Frage, mache ich das dann eher mit dem Handy, sowas mehr schnell mal durchzulesen in den PDFs? Ist natürlich jetzt nicht verkehrt, dass es hier geht, dass ich mir hier die Sachen angucken kann. Aber ja, die Frage ist, ob man es wirklich braucht. Ja. Ich bin jetzt eh nicht so der Bedienungsanleitungstyp. Deswegen seid gnädig mit mir, wenn ich manche Sachen vielleicht hätte nachlesen können, die ich jetzt hier selber nicht rausgefunden habe. Aber ich probiere sowas meistens lieber aus, bevor ich da anfange, so eine Anleitung zu lesen. Hier haben wir noch das Serviceportfolio. Ist ja mal die Frage, ob hier irgendwas drinsteht. Aber ich befürchte, das sind einfach nur die eingescannten Heftchen, die es halt sonst auch gibt. Und da kann man so ein paar Sachen lesen. Intervallplan. Ist ja für den einen oder anderen vielleicht interessant. 24, 12, also alle 24 oder... alle 24.000 Kilometer oder zwölf Monate, je nachdem, was zuerst erreicht wird. Okay, aber das ist ja überhaupt gar nicht das Thema jetzt. Dann haben wir hier Fahrzeugkopplung. Hier können wir halt das Fahrzeug mit der App koppeln. Und wir können es hier auch entkoppeln. Also hier kann ich die Kopplung entfernen, beziehungsweise das Fahrzeug koppeln. Das möchte ich jetzt auch nicht ändern, aber das funktioniert dann über diesen Menüpunkt. Gut, dann kommen wir zum Bereich Radio. Da waren wir aber eigentlich ja schon drin. Jetzt haben sich auch hier Bildchen eingefunden. Das ist quasi derselbe Bereich, wo wir eben schon waren. Genau das gleiche bei Energiemanagement. Hier können wir immer noch sehen, dass das Fahrzeug lädt. Ah, da sind wir sogar noch in den Ladeeinstellungen drin. Genau, was ich halt hier noch machen kann, ich glaube, das habe ich eben nicht gezeigt. Die Ladeleistung ist übrigens deswegen auch nicht ganz so hoch, weil ich natürlich gerade im Fahrzeug sitze, die Heizung ein bisschen läuft und so. Daher reduziert sich die natürlich. Ich kann hier den Ladevorgang beenden. Ich kann auch hier hinten das Schloss quasi freigeben und kann auch hier den maximalen Ladestrom bestimmen. Also wenn ich jetzt hier auf 6 Ampere gehe, dann wechselt der das auch und macht das entsprechend. Können wir mal kurz warten. 6 Ampere. Das ist so das Niedrigste mit 1,4 kW, die dann ankommen sollten. Macht da jetzt mal gar nichts. Dann gehen wir mal auf maximal. Und hoffen, dass er gar nicht wieder anfängt. Aber grundsätzlich, ah, jetzt fängt er wieder an. Also grundsätzlich kann ich hier halt wirklich die Lademenge oder den Ladestrom begrenzen, wenn ich das möchte im Fahrzeug. Das geht in der App ja nicht, aber hier geht das. Okay, gut, entladen. Das hatten wir alles schon. Das war es eigentlich dann hier an dieser Stelle schon für den Bereich. Hier habe ich jetzt tatsächlich zusätzlich über Einstellungen, Bedienungsanleitungen, nochmal Bedienungsanleitungen. Da bin ich aber genau in demselben Menüpunkt wie eben auch. Okay, das war es. Wir haben jetzt hier nicht mehr viel zu sagen. Das waren eigentlich alle Einstellungen, die wir am Infotainment machen können und die wir dort finden können. Und ich hoffe, es sind keine Fragen offen geblieben. Falls doch, dann schreibt mir gerne eine Nachricht in die Kommentare, wenn ich noch irgendwas anderes testen soll, ausprobieren soll, wenn ihr irgendwas vermisst habt, wenn ich irgendeinen Knopf vergessen habe zu drücken, dann unten rein. Und dann mache ich nochmal ein Video mit den Fragen, die dann einfach nochmal aufgekommen sind. Alles Gute euch!